Hey, mein Name ist Lukas, ich komme vom Kanal The Black Lodge und ich bin heute hier, um euch 10 grandioser Horrorfilm-Tipps mitzugeben, die ihr sicherlich noch nicht kennt. Lasst uns direkt anfangen mit dem chronologisch ersten Film und das ist Dante's Inferno aus dem Jahr 1911. Dieser ist eine Adaption von Dante's göttlicher Komödie und war außerdem der erste abendfüllende italienische Spielfilm überhaupt. Mit viel Aufwand und einer wirklich dämonischen Inszenierung begeistert der gerade einmal 70 Minuten lange Stummfilm immer noch. Zu finden ist Dante's Inferno auf YouTube. Jetzt machen wir einen weiten Sprung in das Jahr 1960 und beschäftigen uns mit Stadt der Toten, einem meiner Lieblingsfilme in der hervorragenden Filmografie von Christopher Lee. Es wird eine düstere Folk-Horror-Geschichte erzählt, die gerade durch das schaurige Szenenbild mit omnipräsentem Nebel richtig unheimlich wird. Außerdem erinnert er dramaturgisch an Psycho, der ebenfalls 1960 erschien. Für Fans von kleinen B-Movies ist Stadt der Toten eine riesige Empfehlung. Für die nächsten zwei Filme reisen wir nach Japan, genauer in das Japan aus dem Jahr 1964, denn da erschienen direkt zwei grandiose Horrorfilme. Zum einen Onibaba und zum anderen Quaidan. Wir beginnen mit Onibaba, den ihr sogar kostenlos auf YouTube sehen könnt. Der Film Kaneto Shindos vermischt seinen Samurai-Setting mit einer Gruse-Geschichte, was sich daraufhin zu einem tragischen Kammerspiel entwickelt. Spannend bis zum Schluss und mit verständlichen Figuren gehört für mich Onibaba zu den besten nicht englischsprachigen Horrorfilmen aller Zeiten. Und zu diesen gehört auch Quaidan von Regie-Legende Masaaki Kobayashi. Quaidan besteht aus drei einzelnen Horrorgeschichten, die durch das surreale Szenenbild zum Leben erwachen. Über drei Stunden wird man auf eine traumähnliche Reise mitgenommen, in der Dämonen und Geister die Leinwand beherrschen. Vielleicht ist Quaidan nicht unbedingt gruselig, aber dafür ist er die Inszenatorisch schönste Geisterrikscher aller Zeiten. In Osteuropa wurden natürlich ebenfalls tolle Horrorfilme gedreht und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man nicht an den Namen Jura Herz vorbei. Diesen kennt man eigentlich zwar durch seinen Der Leichenverbrenner, diesen habe ich jedoch noch nicht gesehen. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Aber ich mag seinen The Beauty and the Beast wirklich sehr gerne und über den möchte ich jetzt noch ein bisschen sprechen. Es ist zwar die altbekannte Geschichte, doch die düstere und märchenhafte Inszenierung bringt frischen Wind in die Erzählung. Gerade den menschlichen Kern, welcher für mich die Geschichte ausmacht, arbeitet herzakribisch heraus und dazu kommen noch viele kreative Einfälle, die ich an dieser Stelle nicht vorwegnehmen möchte. Wer die Disney-Version zu kindlich findet, wird daran seinen Spaß haben. Spaß habe ich auch mit Possession, welcher von einer bröckenden Beziehung im geteilten Berlin handelt. In diesem Beziehungsdrama mit Body-Horror-Elementen steht das Schauspiel im Vordergrund. Jurassic Park-Held Sam Neill ist natürlich immer cool, für mich ist aber der beste Aspekt das wahnsinnige Schauspiel von Isabel Adjani. So ist Possession eine einzigartige Erfahrung, die man nur schwierig einordnen kann und für lange Zeit nicht aus dem Gedächtnis verschwinden wird. Jetzt machen wir wieder einen Zeitsprung und dieses Mal in das Jahr 2016. Ihr habt es gerade schon mitbekommen, ich liebe Body-Horror-Filme und der beste Body-Horror-Film der letzten 20 Jahre ist, zumindest für mich, The Void. Wie im Klassiker The Thing trifft eine kleine Gruppe von Menschen auf eine unüberwindbare Bedrohung, vor der sie nicht fliehen können. Es bleibt nur die Konfrontation. The Void hat eine überraschend ausführliche Charakterzeichnung, eine mythologische Atmosphäre und meisterhafte praktische Effekte, welche noch mehr beeindrucken, wenn man bedenkt, dass das Budget wohl unter einer Million Dollar betrug. Beeindruckend in Anbetracht seines niedrigen Budgets ist ebenfalls die deutsche Co-Produktion The Wolf House, der die Geschehnisse in Colonia Dignitat, einer deutschen Siedlung in Chile, thematisiert. Leider existiert in Deutschland zu diesem Thema wenig Aufarbeitung, weshalb ich diesen experimentellen Spielfilm euch nur dringend ans Herz legen kann. The Wolf House gehört zudem noch zu den beeindruckendsten Stop-Motion-Werken, die ich jemals gesehen habe. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, gebt diesem außergewöhnlichen Werk die verdiente Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit verdient auch mein persönlicher Lieblingsregister im Indie-Bereich, Jim Cummings. Ich bewundere seinen Debütfilm Thunder Road mit dem schrecklichen deutschen Titel Der Chaos Cop, welcher eine wundervolle Tragikomödie ist und sein zweiter Film The Wolf of Snow Hollow ist ebenfalls sehr gelungen. Wie schon der Titel andeutet, haben wir es mit einem Wehrwolf in einer von Schnee bedeckten Kleinstadt zu tun. Dabei nutzt Cummings immer wieder Elemente der schwarzen Komödie, um die Atmosphäre aufzuhellen, genauso wie in meiner persönlichen Lieblingsserie Twin Peaks. Zwar will der junge Filmemacher an manchen Stellen etwas zu viel, trotzdem ist The Wolf aus Snow Hollow gute kurzweilige Wehrwolf-Unterhaltung, welche mit dem Ende überrascht. Der letzte Film, den ich euch heute vorstellen möchte, ist vom österreichischen Regisseur Kevin Kopaka. Dawn Breaks Behind the Eyes ist ein zweiter Film und läuft momentan auf verschiedenen Festivals. Falls er bei euch in der Nähe laufen sollte, dann nutzt die Chance, denn Kopaka bringt Gothic Horror in die Neuzeit mit vielen unerwarteten Wendungen. Außerdem ist die Kamerarbeit noch wirklich hervorragend und stilistisch an Werken von Genre-Law gehalten. Dawn Breaks Behind the Eyes ist ein Film für das deutsche Genre-Kino. Und nun will ich natürlich wissen, kennt ihr noch gute Horrorfilme, die vielleicht ich gar nicht auf dem Schirm habe? Schreibt diese unbedingt unten in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann guckt auch gerne auf meinem Kanal vorbei, der bestimmt auch irgendwo unten in der Videobeschreibung verlinkt ist. Ich würde mich sehr freuen. Natürlich auch ein großes Dankeschön an FilmToastier für die Möglichkeit, diesen Gastparteig hochzuladen. Ansonsten, wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder und bis dahin. Tschüss.